so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die stell scharf von cobra nicht sondern heute gibt es die atomic 171 es von die blasio elio schwieriger name aber nicht viel dahinter machen wir mal auf das ganze ist eingeteilt in welche kategorie ich weiß nicht mal was das für eine kategorie ist so sieht die eine aus finde ich ganz schön vom design her aber er hatte druck und da würde ich mal sagen fangen wir mal an auch mit dem schönen propfen die waren doch ganz in ordnung naja die sind auf jeden fall ganz ordentlich finde ich und jetzt noch die letzten zwei ich finde eigentlich ganz passabel man kann sich mal kaufen wenn sie nicht so teuer sind ich weiß gerade den preis nicht ich blende euch aber ein und der eine ging nicht perfekt naja dann würde ich sagen leute sehen wir uns im nächsten video hau rein und